Willst du den Schatten machen? Viel Glück! Oh! Oh! Oh mein Gott! Fahr! 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 Was?! Alter! Das ist auch viel zu schnell, man! Hallo, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich hoffe, die Woche ist bis jetzt bei euch gut verlaufen. Es ist Donnerstag. Mit meinem Endchen geht's wieder in Let's Test rein. Hallöchen! Na knack! Hallo! Und wir fahren heute mal in ein anderes Auto, den S80RR. So ist es. Eine Map vom lieben Max-Gut 40 Minuten Challenge. Ich mach's in 30. Ich mach's in 20. Ich hab die Map bei den Loser schon... Das ist gefährlich, arrogant. Ich darf das. Ich hab die Map schon mal bei den Losers gesehen. Mal gucken, ob wir deren Zeit schlagen. Ich weiß nicht genau, wie lange sie gebraucht haben, aber auf jeden Fall... Bleib dir gut, schreib in die Kommentare, wir wissen doch, dass du alles stalkst. Genau, ist so. Unser Lurker. Oh! Okay. Oh, ich glaub wir müssen weiter... Oh! Nein! 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 Wir sind falsch abgeschwungen! Oh, ganz knapp! Oh, ja bei mir auch! Knapp, knapp links daneben! Fuck! Ich muss mich aus der Ausrichtung, das hätt ich es geschafft! Oh! Und das ist der Vorteil, Ars, den Map ich nicht! Ja, was heißt kennen? Selber fahren! Das ist die Devise! Ja! Zugucken kann jeder! Dadurch kenn ich die Map nicht! Oh nein! Nein! Ja! Verkackt! Mist! Nein! Und dick zu kurz gesprungen! Ha! Der spruch aber nicht ohne, meine Herren! Ne! Hau mal wieder ins Trans-Auto! Also! Ist mal was anderes, ne? Ja! Ich muss mal gucken, ob jemand so ein Map mit Formel-1-Wagen zu stecken! Nein! Oh fuck you! Ich komm nicht in diesen Scheiß-Type, Digga! Was ist mein Begehr? Also Map-Erbauer! Baut mal eine Map mit dem Formel-1-Wagen! Wir wollen es haben! Si! Ihr habt den nächsten Punkt! Warte ihn! Huh! War das aber knapper als ein Liefer! Jaaaaa! Oh nein! Oh ja! Hab's auch! Finally! Huh! Okay, das... Ich probiere es natürlich mit skillmäßig, Freunde! Ach, was soll ich nicht abspringen? Ich werde wahrscheinlich die Rolle machen! Oh fuck! Wow! Das ist ganz schön böse! Gut, das kennen wir ja vom letzten Letztest hier! Ja! Das ist rüberrollen! Aber ich hab grad so viel Geschwindigkeit eingebüßt! Ich hab wirklich Probleme, da oben hinzukommen! Oh mein Gott! Sprich, mein Kind! Mit dir redet keiner! Ich bin ein Gott, du stumpfe Kreatur! Mäckiger Gott! Ooooo! Oh! Was ist denn mein Begehr, Digga?! Heeeee! Ich schadier auch! Viel zu viel Speed! Uh! Oh, doch! Ich hab grad das doch gesehen! Diesen Fall kann ich mich erinnern! Da waren die zu dämlich schon unten drunter gefahren, die beiden nur, so. Okay! Ich hab das aber verkackt! Aber gut, dass du das gesagt hast. Sehr charmant. Oh, oh, nein! Nein! Ja, da kommt noch einer von den Mistfiechern. Why? Unmilchvoll wird Manchester-Freunde, macht er auch diese Rolle wie ich. Alter! Was ist der Fick? Verpust dich! Nein! Ich dachte, ich kann durch ihn durchfahren, Freunde. Und ich wollte mir Kontaktzimmer anziehen. Weil ich mich nicht so lacht. Alter! Mach die Augen auf! Ey, Anime-Fan! Danke dafür, Zuckerblume. Sehr charmant. Richtig, danke, Zuckerblume. Mit Herzchen, bitteschön. Fickt euch. Alle, beide. Oh, Mann! Böse Sprünge. Oh, der Sprung ist aber... Nein! Ja! Ist richtig! Selbst wenn man ihn mehr gesehen hat, Freunde, und es länger her ist, hat man immer noch Probleme. Man muss erstmal Absprungwinkel herausfinden. Man hat viel vergessen, wenn man Pech hat. Oh, der ist nicht richtig. Ähm, ja. Oh, nein. Oh, nein. Nein! Nein! Scheiße! Auf Pinkelasch! Digga, deine Mama! Grüße, 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 Stadtmann. Viel Glück. Oh, oh, oh mein Gott. Ah! Fahr, 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 fahr! Ah! Was? Alter. Das ist auch viel zu schnell, Mann. Sprich, mein Kind. Du hast Gott gerufen. Ich führe des öfteren Selbstgespräche. Nein. Doch, doch, doch. Oh, scheiße! Riesig auf Blitz und hab verkackt. Trottel. Ich möchte einen Tipp für Letzten haben. Oh, oh, oh! 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 Wie viel? Oh! 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 Nein! Hallo! Unglaub mir. Ich kann nicht mehr... Und jedes Mal, wenn du deinen Sound einspielst, kann ich dir auch nochmal einspielen. Ich darf mich nicht muten. Ich weiß. Zuckerblume, sei Dank. Wow, ich hab den nächsten Punkt. Ich glaub, die Folge nennt ich dann im Letztes. Zuckerblume, sei Dank. Ja, ja. Ihr habt euch verbrüdert, Alter. Oh, oh, fuck you. Man kann auch sagen, du bist selber schuld, wenn du auf sowas eingehst. Hey, ich hab meinen Bots. Alter, ich hab... Boah, jetzt! Du hast doch wie ein Riss dich ausgedacht, als er davon gehört hat. Ja, ich weiß. Und durch was? Mit Recht. Ey, Mann! Aber Aris, die Wette? Das war deine freie Entscheidung. Wow. Nein, nicht geflippt. Oh, ich soll mich ankontrieren. Äh, höher. Oh, oh, oh mein Gott. Okay, alles da. Ich ruhe. Ey, du willst mal heute mir sprechen, und dann sagst du Ruhe. Hä, was? Ich bin ein Gott. Halt die Knappe. Was muss ich denn machen? Oh, tut mir leid, hab ich dich aus dem Konzept gemacht. Ich hab mich gerade voll erschrocken, du Arschloch. Alter. Mach doch nicht so... Mach doch nicht so eine Scheiße mit mir. Okay, nächsten Punkt. Muss ich hier lang? Ich muss das merken. Sieben Minuten 20, ich muss dein Gesicht sehen. Oh, oh, fuck. Oh! Muss das so? Ich fahre voll in die... Oh, Sommerkind. Leck mich. Nein, das darf jemand anders machen. Mit der Karre Sommerkind? Ja, Grüße geht raus. Ey. Hast du gehört, Endres? Du hast gewitzt, gegrüßt. Ey. Wir sind heute ganz schön garstig und gemein, ne? Yeah. So ein bisschen auf jeden Fall. Garstig, ja, kleiner Orbit. Aber Endres ist doch gar nicht klein. Aber du bist klein, dann läuft deine Aussage. Äh, was, was? Wow, 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 wohin? Äh. Was ist das? Ein Flip? Hääääi, ist klar. Na, oh, 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 oh. Wo ist der Punkt? Aras hat Spaß seines Lebens. Oh, da ist er. Aras hat Spaß seines Lebens. Wo, 35? Ey, Knauze. Nee, ich glaub, du为什么 Aras hat Spaß seines Lebens. Ah, ja. Oh! Was, 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 was? Okay. Okay, ein bisschen Obstacle-Ghizzle. Also, ich weiß auch nicht. Das Auto ist ja geil. Hä? Alter. Was war denn hier für eine Traktion aber mit der Karate? Ja, die Alten sind teilweise gut, aber ich komme dem mit dir irgendwie nicht klar. Echt nicht? Hm. Ich glaube, Freunde, ich muss mal singen. Ähm, nein. Schreibt es rein für die nächste Folge in die Kommentare. Mehr Gesang oder weniger Gesang? Weniger, ganz eindeutig. Ich höre natürlich nur auf Zuckerblume, Freunde. Zuckerblume überlegt dir sehr gut, was du da drunter schreibst, wenn du was drunter schreibst. Das überlegt dir sehr gut. Ich bin ein sehr nachtragendes Entchen. Ich wollte es nur mal so anmerken. Ein sehr kräftiges Entchen. Ja, das auch. Oh mein Gott, was? Hä? 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 Kräftig kann man jetzt den Zweierlei hin, will ich vorstellen, Freunde. Ah, da unten ist der Punkt. Alles klar, hab ihn. Easy, Junge. Easy. Wer bist du? Diese Stelle? Oh, fuck. Nach da oben. Ah, jetzt müssen wir das Blaue. Huh? Das Viecher-Türkirche. Dass der Sachen doppelt gebraucht hat. Okay. Nein. Wie falsche Richtung. Hab ich irgendwo einen Punkt übersehen oder so? Das musst du wissen. Ich weiß es nicht, ehrlich. Okay, ich bin... Äh... Was? Oh! Oh! Ja, geil. First Try, oder was? Läuft! Wuhu! Natürlich ist an meiner Strategie, Freunde, das Problem. Die ist Risikobehaftet. Dann ja zur Ares, äh... Deko-Strategie. Eine Deko-Strategie macht er wie ich. Wie Marvin-Strategie. Die Muschi-Strategie. Die Muschi-Strategie. Ja, das Element ist eigentlich dafür gedacht, dass du eigentlich so eine Rolle machst. Ist doch scheißegal. Hauptsache, du kommst da rüber, Alter. Was interessiert mich denn? Hä? Miros, lass mal Kreatur, Digga, ey. Wo muss ich denn jetzt hin? Ares, ähm, nicht Ähm, schnäht, sondern Sommerkinder hat ihre Tage. Oh. Oh. Das ist aber nicht gut. Ne, sie war gerade sowas von zickig. Meine Herren. Äh, äh, ja, Junge, 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 Junge. Uh. Ist das überhaupt richtig, Alter? Ja, ist es. Next point. First try. Woo. Na, den würde ich auch wahrscheinlich first try fahren, aber ich möchte halt die Rolle hinkriegen. Und das macht es halt schwieriger. Oh, shit. Oh, der war sauber. Jetzt muss ich noch das Sommerkind hinkriegen. Haben wir auch. Direkt first try, wenn man richtig drankommt. Wenn. Ist mir die Frage, wie man abspringen muss. Äh, was ist das? Ja, ist richtig. Hä? Nein. Em steht das dreckige Luder. Hm. Aber der ist genau berechtigt. Du bist genau auf Emschi gelandet. Meine Herren. Hm. Oh. Ein bisschen spitzer. Oh, fuck. Ist der Arzt auch spitz? Oh, fuck. Ja, er ist spitz, Freunde. Oh. Oh. Nein. Ja, nee, ist klar. Oh, ho, 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 ho. Vor dem Punkt, Alter. Das ist böse. Das ist richtig böse gewesen, ey. Fuck. Da weißt du, wen du anrufen musst. Ja. Oh, Karma. Feel good. Ah. Oh, ho. Ja, Freunde. Man sollte nicht nur arbeiten und zu spät aufnehmen. Das macht einen müde. Das sind zwar einfache und schöne Elemente, aber... Ich bin über den Bremssprung rüber gesprungen. Was? Oh, schlecht berechnet. Oh, Sommerkind. Ich weiß nicht. Also, beim ersten Mal war ich drauf. Und das ist ziemlich sexy. Aber beim zweiten... ...bin ich irgendwie drüber geflogen. Okay. Ja. Nein. Ich nehme die Em-chen momentan. Nee. Oh, fuck. Ich vertausch... Ich tausche dauernd die ganzen Mädchen hier. Em-chen. Ich vertausch dir die ganzen Mädchen. Höh? Hahahaha. Kann ich sagen, Junge oder irgendwas, ey. Geil, die Kinder nicht mehr durcheinander kommen. Neust. Ja, aber wir haben ja keinen Neustinator bis jetzt. Ne. Gibt's ja auf der Map auch nicht. Gibt's auch für Ziegenmann 7. Ich komme mir gerade vor, als ob wir Marvin immer bosser werden. In dem Fall bist du gerade mal Marvin, weil du ein bisschen Lack hast. Was für Lack, Alter? Und ich mache es wie Deko und habe ein bisschen... Genau, ist richtig. Ich bring... Wie bist du bei dem Wallrad auf der Em-Chi abgesprungen? Wallrad auf Em-Chi? Ja. Ein bisschen leicht nach oben versetzt. Weil ich bin nämlich gerade abgesprungen und bin nämlich schlecht am Em-Chi aufgekommen. Oh, Mann. Das ist schlecht bemessen. Machen wir ja nicht gut. Ärgerlich. Wieso? Leicht nach oben. Fertig. Minimal. Alter, das ist ein Unterschied, aber da würde ich vielleicht bei der Landenplatzanflächen zweifachen Em-Chi bauen und dann direkt auf einen ersten Arschloch gehen. Ähm... Ja! Ohne Bremssprungen drüben. Na, Cheater. Ja, wieso Cheater? Warum Cheater? Der muss das gefälligst vernünftig bauen. So, ich gehe vom Ziel. Also... Mal 14 Minuten. Easy, ja? Also, wenn sowas möglich ist, dann gibt's auch jedenfalls einen Punktabzug. Schmeckt's gut. Ja, es ist möglich. Also... Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir setzen kurze Cuts. Warten natürlich, bis der lieber Anime-Fan da ist. Ich will allerbeste Zeit, wie keiner vom Himmel. Das wohl schnellst du schon an, Freundchen. Pah, Alter, das ist so ein schlichter Verlierer, der Typ. Das ist unglaublich. Okay, wir setzen kurze Cuts. Bis gleich. 2.000 Jahre später. Da hat es. Finally. So, Leute. Wir fahren ins Ziel. Wui. Easy. Sehr viel. Hey, Mau! Du hast es dir gar nicht verdient zu singen, ne? Du hast es dir so krass nicht verdient zu singen, Alter. Deine Leistung war ja wohl desaströs. Das liegt an der Map und an dem Autobild. Also, Freunde, ich bin bei der Map bei 4 Punkten, ehrlich gesagt. Ich bin bei 6, weil mir teilweise noch ein bisschen zu viele Ungereimtheiten da sind. Und ich bin eigentlich Besseres von einem Max. Gut gebaut. Ich würde sagen, Max. Gut baut normalerweise viel besser für uns, Freunde. Ja, keine Ahnung, was da los war. Ihr habt die eben gesehen? Ich springe von morgen ab. Ich hatte immer recht auf den M-P-P-P. Ich weiß nicht, was ich hätte ändern sollen. Das war einfach schlecht berechnet, meiner Meinung nach. Ja, entweder das oder Rockstar mit dem Physik reingeschissen. Also, ganz genau können wir es gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, aber deswegen muss Max leider heute mal 4 Punkte schlucken. Schlucken? Lecker. Haha, geschluckt. So. Okay, Leute. Damit sind wir auf jeden Fall am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt den Kanal vom lieben Anime-Fan aus. Oh, da kommt den Ding in den Engine. Oh, sehr charmant. Ich singe zwar nicht, aber ey, passt schon. Und zockt die Map selber und schreibt uns mal eure Zeiten da rein. Ich finde, ja, das Ding in 14 Minuten runterreißen, die Challenge schaffen, haben wir beide übrigens geschafft. Ja. Easy. Jo, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.